...deutschen Klassik nach dem Ersten Weltkrieg, meinetwegen. Ich glaube gar nicht, dass die Musiker das waren. Ich glaube, das haben die Interpreten aufgebracht, diese ganze Geschichte mit der Beeinflussung. Es ist ganz klar, wir sind nicht mit dem Blues aufgewachsen, wir versuchen ja auch nicht nachzuhaben. Wir wachsen hier in einer anderen Umgebung auf. Die hat uns natürlich gemacht, wie wir sind, das ist klar. Ich spiele aber auch zum Teil Musik, die durchaus Rhythm und Blues geladen ist, wo man also sagt, wo habt ihr das dann her? Da seid ihr also durch Röhren und da Spielen in den Ländern reingewachsen. Also natürlicher Prozess. Ja, das ist ja auch irgendwie eine Weltsprache, diese Art Musik. Und da gibt es bestimmte Klischees oder Formen, Pattern, die einfach allgemein sind und die sind auch in unserer Musik drin. Das ist ja auch irgendwie eine Weltsprache. Musik 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 Ich habe zwei Radios, dann habe ich Kassettenrekorder, Tonbandgeräte und darauf ist alles gespeichert, was man in der Welt überhaupt hören kann, was es überhaupt klingt. Musik aus fremden Ländern, die ich außerdem durch einen Kurzwellenempfänger empfange. Und ich höre, was die Musiker spielen, höre meine Kassetten, höre mein Radioprogramm, dann habe ich diese Mausetaste und mit der rhythmisiere ich das Gleiche ist alles genau an unserer Musik an. Was der Holger hier so vorführt, Irmin, soll das andeuten, dass Ken sich wahnsinnig mehr elektrifizieren wird? Holger, aber nicht mehr. Nicht unbedingt nicht. Wie ist denn überhaupt euer Musik-Background? Wie hat es angefangen? Wart ihr erst eine Funky-Band oder erst eine wahnsinnige Space-Rock-Band? War das so der Startpunkt der deutschen Rockmusik, dass die alle so auf Pink Floyd erst mal machten? Underground war das. Das war das tiefste Underground. Ganz genau. Fühlt ihr euch auch so in einer Underground? Da fühle ich mich heute noch so. Da stehe ich drauf wie die Pest. Ja, aber es war ja im Anfang, war man ja in Deutschland. Ich meine, da war jede deutsche Gruppe an der Underground. Da will ich gerade mal sagen, ihr seid doch jetzt Overground mit Konzert-Tourneen und Plattenerfolgen und so weiter und vielen Rezensionen in Zeitungen. Die sind mit so einem Radio aber bestimmt nicht. Bestimmt nicht. Das haben natürlich nicht viele, aber es können sich natürlich vielleicht nur Overground-Leute leisten. Meine Apparaturen, die kosten doch kein Geld. Das sind alles nur 2,50 Mark Sachen. Sag mir den Händler, der das verkauft für 2,50. Das war's nicht.